Keine Abfahrt, da kommen nur Leute rein, das ist nur eine Auffahrt. Ja gut, aber das ist ja... Alter... So, geht dazu! So, geht dazu! Hä? Was war das denn? Geile Sache. Hey, was macht der hinter mir? Und du fährst zu dir. Und achten, da kommt es hin und... Du reichst ruhig. Da stehe ich natürlich richtig schön im Weg. Ja, wow. Du musst schon fahren, gute Frau. Ja, das sieht man auch manchmal, weil meine Gangschaltung immer so klemmt ab und so. Was will denn ihr da, ne? Was denn? Unter mir. Was machen wir denn? Auffahren. Hi. Weil ich die Spur wegse. Hallo, bitte. Hallo. Was denn? Lässer. Knarzt. Vorher am Boden. Nice. Guck. 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 Ich hab auch voll viel gestiegen für meine Verhältnisse. Ich hab irgendwie... Also ich hab acht Seiten... Ja, also... Hallo. Das ist so. Oh, ich hab jetzt noch im Wohnzimmer gefunden. Ich hab überhaupt nicht vorgebracht. Wir haben einen Wohnzeit, sei... Nee, die hat sie wirklich nicht. Ich hab dann noch mal hier. Ich hab ja das. Ich hab jetzt noch im Schlag auf. Ja. Du bist jetzt nochний. Du bist jetzt noch nicht wieder. Du hast doch noch ein ganzes Auto vor dir Platz. Ich habe das Gefühl, dass der die Spur wechselt. Der ist schon gerade eben auf der Gegenspur gefahren. Ich glaube, ich muss irgendwann noch die Woche auf Mainz fahren. Das sagst du seit einem Monat. Ja, aber diese Woche hat sich stattdessen. Hast du das gesehen? Da hat jemand gehupt. Man muss auch eigentlich nicht 30 fahren hier. Ah, wie ist das denn? Der reproduktiven Fitness auf das Beispiel der Kalmare anwenden. Was bitte schön ist so reproduktiver Fitness? Ja, wie häufig und lang und... Was ist denn hier los? Was macht der denn da vorne? Keine Ahnung. Ich habe eben nur hingedrückt. Ja, nee, es ist aber schon wieder weg. In jedem Preis muss er sich fortquengeln. Fortquengeln? Ja, fortquengeln. Ja, fort ich bin. Ich finde viel Spaß reiche in der Talente. Ich bin fertig